Ich verbinde mich jetzt mit der geistigen Welt, ich öffne meinen Kanal, gehe in den Raum des Schutzes und breite den Raum des Schutzes um euch herum aus, so dass wir alle geschützt sind. Einströmt die Liebe aus Gottes Gedankenfeld, einströmt das helle Licht, einströmt Frieden und Kraft. Diese Energien tragen dich, sie berühren deine Seele und sie schützen dich. Fühle die Nähe Gottes und fühle deine göttliche Flamme und die Verbindung zu allem, was ist. Spüre das Liebesband, welches nun sanft vibriert und deine Seele daran erinnert, dass du mehr bist als nur Mensch. Dir wurde alles gegeben, alles liegt in dir. Jede Fähigkeit, ganz viel Wissen und Kraft, all das liegt in dir. Und dann bist du auf die Erde gekommen und hast all dies vergessen. Hast begonnen, dich klein zu machen und unter Druck setzen lassen. All dies, diese Energien, welche dir nicht dienlich sind, werde ich jetzt von dir nehmen. Ich bitte die Engel um die reinigende Energie, um deine Aura, dein System von all dem zu befreien, was dir die Individualität überbringt. Denn all das, was dich hindert, frei zu sein, das darf jetzt gehen. Und so sende ich Energien zu dir. Und du darfst diese Energie genießen. Erlaube dir, das anzunehmen, was jetzt zu dir strömt. Erlaube dir, das Licht anzunehmen, die reinigenden Energien, welche dich durchfluten und aufbauen. Sie fließen jetzt zu dir. Spreche während der Übertragung mit deiner inneren Stimme diese Sätze. Ich bin stark. Ich vertraue meiner Intuition. Ich anerkenne meine Größe und mein Licht. Ich vertraue dem Gefühl meines Herzens und folge meinem Impuls. Ich weiß, dass ich stark und mächtig bin. Ich glaube an mich selbst. Und gerne darfst du jetzt deine eigenen Affirmationen sprechen, währenddessen die Energie zu dir strömt. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie bauen dich jetzt auf und sie stärken deine Seele Viele Engel haben sich versammelt Sie singen das Licht, sie singen die Liebe, sie singen die Heilung, sie sind bei dir Es sind die Töne des himmlischen Lichtes von Smarana, welches zu dir fließt Und so darfst du dich darin fallen lassen und sei dir bewusst, dass ganz viel Heilung geschieht Heilung zu deinem allerhöchsten Wohle Und immer weiter fließt die Energie, sie baut dich auf und sie verankert all das, was du an Selbsterkenntnis jetzt bekommen hast Und so stelle dir vor, dass du frei, frei bist von allen hindernden Energien Dass du im Gleichgewicht bist, in Freude und Fülle leben wirst und völlig heil bist So werden diese Gefühle jetzt für dich verankert So ist das Energiebad beendet Die Energien sind noch anwesend Und sie werden dich heute noch ein wenig begleiten Es war mir eine große Freude, für dich zu wirken Und ich sage es, Smarana, aus Dankbarkeit zu dir Und ich sage es, Smarana, aus Dankbarkeit zu dir Und ich sage es, Smarana, aus Dankbarkeit zu dir Ich sage es, Smarana, aus Dankbarkeit zu dir Und ich sage es, Smarana, aus Dankbarkeit zu dir Und ich sage es, Smarana, aus Dankbarkeit zu dir Untertitelung des ZDF, 2020